aber das doch in um diese uhrzeit noch so viele leute noch einkommen oder was heißt viele aber es noch die leute reinkommen du hast ja klar twitch ist und du hast es doch mal ja aber von den deutschen noch nicht sonst immer nami darfst eigentlich ich wundere mich kein schwein drinnen ich würde sagen suchen uns hier genau das habe ich mich mal bei grond gesehen die haben sich hier hinten reingestellt in diese ecken hier und haben dann einfach abgewartet und haben die leute erschossen soll man das mal probieren irgendeiner hat mich geschossen na einer muss da drüben noch in die kabine wo blu rechts genau machen wir mal so kommt das habe ich bei grond gesehen das machen wir jetzt mal so ist einfach was warten und warten bis die gegnern ach so sind das viele müssen uns sozusagen gegenseitig abschützen ich mache sozusagen rechts neben neben crazy hier kommt wieder einer der kopf hier kommt keiner durch den gang durch hier hier ist mich auch noch dann komm aus der entdeckung raus du arsch bist ein arsch hier kommt einer was ist das die deckung ich will jetzt hier überstehen alter bleibt da gibt es mal hinter dieser scheiß aber es ist es kommt von hier ok Wir sind nur noch so ein paar. Einer oder zwei. Ja, aber die Deckung dort ist cool, ne? Also kann man sie schon geben. Hm. So. Wow. Da hinten bei der Schutzweste kann man sich besser verstecken und killen. Bei welcher Schutzweste? Scheiße, jetzt. Warte mal, wo war man jetzt? Hier. Hier ist eine Schutzweste. Hier war eine und da hinten ist aber auch eine. Ja, aber hier hast du jetzt mehr Chancen, wenn Helis kommen, oder? Weil du stehst ja dann auch unter Dach, überdacht. Warte mal, kann man vielleicht... Ja, wo kann man nicht? Och. Geh doch mal hier in Deckung. Also Blue, ob die Deckung gut ist, weiß ich nicht. Ja, kein Problem. Da hab ich gesehen, hier scheint genau ein hinter dir. Nee, weil er Blue ist jetzt zum Beispiel hinten. Kommt einer da auch nicht geschossen. Ja, den hab ich auch gerade weggeholt. Weil... Äh, was würde ich jetzt sagen? Blue ist jetzt zum Beispiel am Rücken nicht geschützt. Wer schießt denn hier? Ich sieke halt. Wenn du hier... Wo? Auf die Weise. Wow. Warte. Alter. Warte von hier. Oh, warte. Ui, ich sag ja, Blue muss normalerweise die Seite abdecken, aber das deckt da jetzt keiner ab. Wow, wir haben es trotzdem geschafft. Also Blue, du musst da hinten schon drunter bleiben, weil du dann die Seite abdeckst. Ich die rechte, du die linke und crazy geradeaus, verstehst du? Ich mache immer diese. Ja, das stimmt, das ist richtig, aber ich brauche eigentlich gerade ein Teilen. Ich brauche bloß eine verfickte Weste. So. Ich komme zurück. Ah, heute bellen. Warte, ich ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, mice, komm, 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 gott, 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 gott. Ganz gute Gile, da geht, der CU BOX, steht, alter. Ja, aber auf der anderen Seite, da, wenn du suscribeln,셨�'ihl, dár'n, Kamui kommen und ich sie nicht entdeck. Aber. Ja die kommen ja alle von hier hinten Ja noch Was los? Hier ist einer Was für ein Arsch Der hat nur rausgeschossen Also blind halt Wie viele Wellen gibt es denn überhaupt 10 10 Stück Ab der vierten wird es schwer Ja du hast dann halt Du musst dann auf jeden Fall Ein zielsicherer Panzerfaust reinnehmen Da kommen die Autos Erwischt Erwischt Alter Schwede Man wird aber automatisch ruhiger bei sowas ne Also quatsch nicht zu viel Weil man sich konzentrieren muss Ja Alter Da war einer Was bist du du Arsch Komm raus Oh Fantastisch Ich hab einen Header gekriegt direkt So jetzt lass mal nochmal drauf haben So Wir haben es mal geschafft Glaubt bis 6 oder so Mit 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 Dings damals haben wir uns voll geschafft Mit Wir müssen noch langsam hier auf die Bisschen auf die Panzerfäuste achten Ich guck gerade aber Ich glaube aber jetzt Ich glaube erst in der nächsten Runde Kommt wieder zurück Ich bin nur noch Dann hab ich mir einen Panzerfaust geholt Hast du? Jo Achso du hast Hast Crazy kommst du zurück? Da Wäääääää Alter! Geht's ab, Alter. Und wo denn? Äh, pass mal auf! Ah, da kommen sie doch schon. Wir können da nicht hinschießen. Scheiße! Wo? Oh! Die kommen jetzt zur Zeit alle von hier. Uuuuui. Da müssen sie kommen. Aua! Oh. Nein. Aua! Oh, fuck. Hohohohohohoho. Auf, Helikon! Ach, du kommst wieder aus dem Gang. Äh, Crazy, äh, Crazy, jetzt wird's langsam Zeit, dass du hier mit runterkommst. Helikon! Da oben ist der Heli. Okay. Warte, 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 warte. Ich geh hier so. Öh, nee. Hier will ich hin. Ja, geht dort und überwacht die Seite, wo du hinguckst, und ich überwache die hier. Scheiße, jetzt brauchen wir aber langsam. Fluchel, die Panzerfaust raus. Sollst du die Feuerwerkskörper abschießen? Sollst du da die Feuerwerkskörper nehmen? Du musst bexeln. Du musst bexeln mit links reinziehen. Ich glaube, aber hier kommt keine Sau. Doch, doch, kommt wieder. Pass auf, da kommt einer an der Ecke. Hast du den Heli? Nee. Fuck. Boah! Das war knapp. Pull die Heli weg, Blue. Ja, ich hab ja nichts mehr. Du musst warten, du musst immer warten, bis der Heli stehen bleibt, und dann musst du draufrotzen. Oder musst vorziehen. Oder vorziehen. Einsteigen, rein, vorziehen. Warte mal hier. Heli, wo ist er? Oben, über hier. Will? Dann wo denn? Ach ja. Alter. Alter. Okay, jetzt wird's schwieriger. Äh, crazy. Wir sind nur noch die Zweit. Ich bin im Arsch. Also ich muss jetzt vorsichtig machen. Warte, 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 warte. Ich weiß nicht, ob ich's schaffe, darüber zu der Energie. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss irgendwie den Schützen wegholen. Ich muss irgendwie den Schützen wegholen. Pass auf, Ongel. Der lebt noch. Der ist nicht mehr. Der ist Sklau am besten. Aber es ist doch immer noch Heli da. Au, 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 au. Wo ist dieses Drecksack, Schwein? ich glaube der ist echt platt alter hier ist aber auch noch ein redneck irgendwo da kommt mir ja noch am decke ja wir haben ja draufgerissen gewähre wie die bescheuerten mal da ja dort wo wir stehen ist schwer ab welle sieben wird sagt ja ich glaube ich glaube das ist aber überall schwer wird würde sie die knirre geklaut aber weißt du wie weit ich laufen muss und die scheiß ich bin jetzt ein hauer entdeckung alter 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 luo rennst du rum ich will aber nicht dahin ok dort wo ich die schutzweste her geholt habe ist bei zu die stelle das ist noch mal ein hegeliger und das nächste ohr oder ich habe direkt ich habe direkt ein header gekriegt alter ne ne abwelle 5 so wenn die schon ein bisschen mehr ok ich mache jetzt einen auf vorsichtig und die kamera nicht umschalten wo schießt der denn hin der doof will die action yeah gut weil ach da waren die action käme an du arschloch ja mann 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 action käme und action käme wieder aus komm schon ja da an der ecke hockt weißt du da springt die action käme manchmal an hallo also jetzt kommt wieder kam das kann ich euch halt nicht ich spreche jetzt hier mal ganz ruhig also naja geduld geduld ne auto steht genau hinter der hinter dem kaputten ding was ist denn jetzt los alter hallo ey du hast die waffe du hast die waffe gewechselt oder deine kinder ravalea kann auch sein die deckung ist scheiße ne da kannst du nicht in deckung gehen richtig ne oh so schön ach nur angeschossen den wickskopf wo schieße ich hin doch die kommen wieder vom gang her so wie das aussieht jetzt habe ich ihn da sind 1 2 3 da hinten naja alter 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 ach da wo ich die ja pass auf die kommen jetzt raus die kommen jetzt da ran zu euch da wo ich die die da kommt einer da ja da boah 2 2 stück noch der eine kommt jetzt angerannt die liebe entdeckung denen kommen jetzt automatisch 1 0 2 nimm 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 boah blut und es ist echt gerade schwierig den stream zu folgen geht auf die linke seite von müllkönne wenn ihr allein ja da wo du die weste geholt hast die stelle meint ich ich muss ganz hinten zur weste 9 also ich hier er meint hier hier die stelle ist denn hier irgendwas zum schießen ist ja hier ist auch nichts hier ist auch hier ist auch so ein unterdingen da ist auf der anderen seite nichts ja jetzt kommen wir scheiße ja das ist irgendwie komisch ja also ja ist okay die können halt nicht da kann ich von hier nämlich ist das blut da drüben alleine das scheiße ich will jetzt auch nicht da drüben alleine lassen aber komm komm wir versuchen es irgendwie war und wir gehen über die zäune hinten durch also noch geht es noch habe ich den schacht ich gebe den zäun durch so jetzt könnt ihr kommen da kommt jetzt nur noch einer ja hauptsache wir sind erst mal da ich bin da das ist wirklich gut denn das ist scheiße scheiße ich bin angeschossen von allen seiten alter leg mich nein von da auch alter ich müsste hier kommen alter das ist schon fertig hier das steht ein roter kreis ich glaube da kann was fettes gleich angefangen ja so alter 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 gewährlich nur crazy übernimm du dich doch mal die seite kannst du übernehmen ich komme es jetzt auf kreis fahrer falschen kreis aber der sex ist bald geschafft die genung habe ich jetzt so einen drang geht nicht habe ich nicht lieber in deckung bleiben bis die alle kommen jetzt kommen ja dieser rote fette kreis sind die autos ne ja also kommen noch ein paar bei autos gerade angekommen die genung wir will ja nicht sterben jetzt kommen wir gerade auch hier stöpfer einfach eine straße du bist so gesicht also genau das da kriegen die euch nie also da hinten da muss man versuchen darüber zu rennen blue also da drüben das zu machen und dieser da gibt es wirklich bloß eine angriffsfläche dort wir sind dahin und ich halt hierhin ja ich weiß nicht wie das jetzt zu dritt naja ich denke mal für mich ist ganz gut weil hier durch den zaun können sie nicht durch schießen doch können sie aber ich doch von der seite du könntest dich dort vorne ans haus anstellen blut genau das ist jetzt kacke und steinige der hier richtig von dir aus crazy bohren alle die schießen den zaun weg ich habe gesagt das stelle scheiße so ist ganz gut so passt ist da ich hier das ist die angehörte gehört helikopter jetzt hat gerne eine panzer nicht mehr an helis gedacht wir haben nur noch meinen feuerwerks abschluss gerät das bringt nix ja helikopter hat auf mich geschossen apropos helikopter zu mir kommt kein soli kommen alle zu blue noch einer ich bin weg nein ich hätte gehört stelle die scheiße da wo die container war optimal da konnte ja von uns schießen so war man auch helikopter ob wir schaffen die wille der drüber wenn der wende dann so letzte bist du so ist das hier vielleicht bessere chance weil du hier bloß warte nicht so gut ja wenn er die hieligen auf der stadt rd will du mich verarschen das hat man rd noch der heli alter schießt denn da von oben kann nur die lise ist nur noch der heli da scheiße wie macht man das jetzt haben wir müssen oder mal ich hab doch hier noch nicht mehr eigentlich den minigun gekauft nee aber ich nicht auf dein feuerwerk stecken er schießt auf mich ich bin rein wie viel energie habe ich denn sehe ich das irgendwo unten links mein telefon fühlt sich gerade wieder auf ist genau hinter uns du für die knarre alter bist du für ihn noch der heli muss noch weg der onkel ist auch gleich hinüber onkel ich gehe in deckung füllt deine energie auf onkel er hat auch kein mist die zwei rambo ja ich hab mal den heli geschossen ich glaub den haben wir weg nee noch nicht der platte ist noch ganz jetzt hat man haben ja die uhr so ist es zu leben die stelle ist cool aber aber ich glaube das ist wenn du ja alleine bist du besorgt die tollen maximal ja aber alleine und hier warte mal ach jetzt ich hab mir die beste ich hab sie geschnappt ich geh jetzt noch mal zurück ich hab auch ich geh in meinen bunker wieder ich weiß nicht ich hab aber jetzt nachher verreckt man dann hätten wir hätten wir lieber mal auf gamer bang gehört naja mal gucken ja ihr hättet euch ja verteilen können also crazy in du dahin und ich hier in kaputt ja da hinten das das war auch für mich auch blöde ja jetzt kommen sie alle auf einen fleck alter fressen die hier ist ich schieß drauf kriege auch keine punkte weil ungeliechen weg holt blöder wichser alter stirb doch mal alter oh nein oh nein ich bin tot shit agent smith macht sie alle plot willkommen in der matrix wir kommen in der matrix das ist noch ein auto bei dem bei dem truck steht noch einer bei dem kaputten truck hinterm truck genau hinterm truck steht immer noch da der sack konnte meine ja 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 jetzt wird es aber harry ne jetzt kommt glaube ich zwei helis wie ist das gar nicht mehr ich will nicht mehr Alter was ist denn hier los du bist doch gerade das gespawnt du hast doch außer die rüstung nicht noch mal ja das auto steht da drauf ich bin jetzt einmal in deckung ich brauche ich brauche ich rüstung ich habe doch keine jetzt weiß jetzt auf biegen und brechen bleibe ich dahinten falls ich nicht mal zurückkommen ach du so ich glaube ich bin jetzt mal da hinten ich habe jetzt ein gutes gefühl ich sollte mal hier hinten bleiben irgendwie habe ich gerade das gefühl dazu Arschloch er lebt noch da mal hier vielleicht aber auch nicht bin ich auch lieber doch nicht weil ja mein problem ist ja das zurückkommen ja ja noch geht es noch noch geht es noch wo fuck alter wir haben hier von allen seiten hui 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 oh bei der hinten da sind so ein paar Figuren äh wo sind die 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 nimm dir doch oh ich bin schon wieder direkt im kopf alter ach du scheiße ach du scheiße ich bin wo werde ich jetzt abgeschossen also ich bin es auch gleich weg Auja ist schon rot Och ey, immer wieder Und Onkel? Onkel geht noch gut Onkel hat noch halbe Energie Boah, da fällt er um der Smith Ah, äh Onkel ging aus der Welt Hast du Granaten oder so Onkel zufällig? So, mein ich kann auch mehr aufs Schildschirm hingeschmissen Oh, der Minigun, Alter Was ist das Ding gesehen? Der hat den Minigun da Alter Schwede, ey Ach, schade Der Minigun, Alter Schade, ey Ich guck nicht richtig, da guckt der da an Wenn der Minigun, ey Boah Naja Komm, scheiß drauf Ach, nur rei So, was haben wir denn jetzt hier Ach, ja Das will ich haben Was denn das? Knabe Geschichte Flugzeugrennen Wie ich doch so schlecht Oh, ein Flugzeug schlecht? Was? Flugzeugrennen, ja Alter Schwede Ah, jetzt Ich hätte vielleicht doch da hinten stehen bleiben sollen Naja, was ist man nicht Was war nicht, was war nicht Hä? Wie jetzt? Ich hätte vielleicht da hinten stehen bleiben sollen Mein erster Gedankengang war vielleicht gar nicht mal so schlecht Naja Ja, dann wäre ich auch hops gegangen Quasi wäre hops gegangen Dann wärst du auch allein gegen die alle Ja, gut Ja, ist auch wieder da hinten blatt gewesen Naja, egal Alter Ne, Welle 9 Komm, mach Bumm Stell Punkt, mach Bumm Punkt, mach Bumm Du